Everybody get your fucking hands up Und ja, jetzt hänge ich erstmal in den Seilen Ich bemühe mich gerade um neue Arbeit, deswegen ist auch ein bisschen wenig Zeit für YouTube Aber ich dachte mir, komm, heute machen wir mal ein Video, weil dieses Video ist ein Sponsored Video, wie ihr lesen konntet Wir sind auf CSGO Cube, ist eine recht neue Seite, ist noch sehr klein Wie ihr sehen könnt, optisch noch ungefähr in dem Stil Ich weiß nicht, wer es von euch noch kennt, CSGO Double oder CSGO Polygon ungefähr So kommt das Ganze noch hin, ist wirklich sehr schlicht gehalten Haben auch nur einen Roulette Mode derzeit drin Ich weiß nicht, ob da noch weitere Spiele geplant sind Mal gucken wir uns die Seite mal ein bisschen an Wir haben 30 Dollar gekriegt Wir haben einen Riftjaw, der eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht für eine neue Seite Da sind ein paar Skins drin, sogar ein Gunknife Autojonic AWP Asimov und noch so ein bisschen Kleinscheiß Da kommt, denke ich mal, die Tage noch ein bisschen was dazu Um was auszahlen zu können, müssen natürlich erstmal 50 Cent deposited werden Ganz normal, das müsste hier auch irgendwo drin stehen, glaube ich Bin mir gerade nicht sicher Traders are not welcome Steht wahrscheinlich irgendwo anders Es gibt ja auch einen Free Coins Code Indem ihr hier auf Free Coins klickt Und dann einfach den Code N1 eingibt Also meinen Namen, ganz easy Hier kriegt ihr 150 Coins Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ran an das Ganze Wir haben auch den Jonas mit dabei, damit wir nicht ganz so alleine sind Hallihallo Und dann würde ich sagen, Jonas, such dir mal was aus, worauf wir gehen hier Naja, ich würde mal behaupten, wir gehen jetzt mal mit auf Rot Mit 2,50 Dollar auf Rot Aufheben Komm, weißt du was? Vorsicht, sei aber immer schön auf Grünbetten Und da rollt er Na, komm, 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 komm Jawoll, Rot Sehr schön War ein guter Call, darfst du direkt den nächsten nochmal Es wird auf jeden Fall schwarz Würde ich behaupten Schwarz, sagt er Oh, alles klar Ja, vielleicht können wir ja noch so ein bisschen hier hochspielen Ich meine, klar Ich kriege dafür eine kleine Bezahlung 5 Dollar kriege ich, glaube ich, diesmal Finde ich gar nicht mal so schlecht Dafür, dass die Seite jetzt nicht so viel an Möglichkeiten hat Aber vielleicht spielt er der ein oder andere von euch hier auf der Seite Und es wird grün Ja, nice Grün, sehr schön Wie gut, dass ich immer auf Grün bette Na, jetzt wird er aber schwarz, oder? Probieren wir es Und Vorsichtshalber für Double Green, ne? Na, komm Oh, der ist schwarz Wir haben einen Lauf So, komm, dann machen wir jetzt mal Bleiben wir mit den 50 Cent Machen wir 3,50 Dollar Was sagst du? Rot oder schwarz? Na, ich sag mal, dass mit schwarz weitergeht Nochmal schwarz, alles klar Das kann nur gut werden Hier waren auch schon ein paar andere YouTuber unterwegs Fabulous, der Sahne hier Grüße gehen raus Geh weiter, geh weiter, geh weiter Schade Okay, das war nichts Beliebst du den Flip? Was, was beliebige? Den Flip? Meinst du den Switch? Nee, das ist jetzt wieder auf schwarz geht Ja, machen wir mal Machen wir wieder 50 Cent auf Grün Grün wird's nicht Und es wird auch kein schwarz Schade Okay, dann machen wir jetzt mal Einen Dollar auf Grün Machen 5 Dollar Und dann meinst du, komm, nochmal Rot Das ist eine gute Frage Ich weiß es nicht Wir versuchen es Komm schon Der Red Train ist es Ich beliebe in den Train Och, ist das dein Ernst? Und es ist aber schon hart Gut, versuchen wir es nochmal Meinst du, jetzt kommt nochmal schwarz Schwarz oder kommt Grün Äh, Rot Hm Ich weiß es nicht Es waren immer zwei Abwechseln die ganze Zeit Na, vielleicht wird jetzt doppelt schwarz Mh Müssen wir noch ein bisschen nach oben kommen hier Grün wird's nicht Und schwarz wird's auch nicht Das kann doch nicht wahr sein Komm Machen wir Ja, nochmal einen Dollar Nochmal fünf Dollar Doppelrot, Farbwechsel, Doppelrot, Farbwechsel Ich sag Doppelrot Ich sag auch Doppelrot Kann man mich hören, hallo? Ja, hallo, Joschir, man kann dich hören Willkommen in der Aufnahme Guten Tag Oh, äh, Entschuldigung Warum seid ihr denn nicht in den Channel dafür gespacken? Weil ich gerade gedacht hab, hier kommt jetzt eh keiner rein Ja dann, hallo YouTube Na komm, dann machen wir jetzt einen All-In, weil das wird so nichts Oh, Rot oder Schwarz? Ich, 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 ich sag Schwarz Alles gut Glaubst du es dann flippen? Alles oder nichts? Komm schon, bring uns zurück Grün wäre natürlich noch geiler Ja, zwei Dollar Ja, zwei Dollar ist schon sick Ja, das sieht nach Schwarz aus Jawoll Ja Back to back Dann gehen wir wieder mit einem Dollar auf Grün Und vier Dollar Ich sag Schwarz Meinst du nochmal Schwarz? Es kann nicht sein, dass in die drei miteinander Schwarz kommen Okay Ich sag Schwarz Gucken, ob du recht hast Ich glaube nicht Ich sehe mein Inventar Komm schon Oh, das wird Schwarz Nice Back to back Dann wieder einen Dollar auf Grün Aber jetzt müsste eigentlich wieder Rot kommen, ne? Ja, komm Vier Dollar auf Rot Nochmal so ein bisschen nach oben Ah, das ist Rot Jawoll Wir kosten zum Anfang Wir sind fast wieder am Anfang, genau So Dann machen wir Schwarz, Rot, Schwarz, Rot Ich glaube an nochmal Rot Und ein Dollar auf Grün Ja, es ist nochmal Rot Nice 29 Dollar Dann wieder einen Dollar auf Grün Und jetzt glaube ich, wird wieder Schwarz Gucken, ob ich recht habe So wird es sein Ich habe damals auch auf CSGO Double immer die Taktik gespielt Immer verdreifachen auf Rot Also erst 100 Coins auf Rot Dann 300 Coins auf Rot Dann 900 Coins auf Rot Dann 2700 auf Rot Und das könnte Grün sein Es ist Grün Nice Zweite Mal Grün Dann sind wir wieder bei 38 Dollar Dann belieben wir natürlich auf Double Green Und dann muss jetzt Schwarz kommen Vielleicht sind dann auch mal demnächst ein paar mehr Leute hier Dann kann man hier ein bisschen mehr gammeln An sich gefällt mir die Seite gar nicht mal so schlecht Nein, es ist Rot Fuck Autsch Wieder ein Dollar Grün Jetzt muss aber Schwarz kommen War vier Runden kein Schwarz Was sagst du eigentlich zum Major? Major Interessant Big schlägt sich richtig geil, ne? Ja Ich weiß noch nicht Ich glaube es noch nicht ganz Ich habe jetzt so getippt, dass Big am Ende das Major gewinnt Kommt doppelschwarz Es wäre geil Es wäre geil Ich würde es den Jungs auf jeden Fall gönnen Die haben richtig hart rausgehauen Die zeigen so richtig, was sie können Tapsen, richtig starker Spieler Tapsen, Keef Ich finde Keef super Ich finde noch mal Schwarz Jawollo 39 Jetzt läuft es aber Komm, wir machen noch so 2-3 Bets Und dann werden wir das Video auch beenden, weil sonst wird es zu lang Ich bin lieber in den Farbwechsel Aber wenn du siehst, dass Gambit auch Fnatic besiegt hat 2-0 Gambit ist gar kein so schlechtes Team, ne? Ich meine, ich habe ja auch auf Gambit getippt Das heißt, den Tipp habe ich schon mal sicher Guck mal, es wird noch mal grün Ja, da haben wir auch für Grün hätten 48 Dollar So, komm, belieben wir mal für so ein Double Green sogar mit 2 Dollar Und dann machen wir noch mal 6 Dollar auf Rot So, komm schon, Rot oder Grün Das ist Rot, ist das Rot? Da war ein bisschen Jawollo 52 Komm, eine letzte Bett machen wir noch Nochmal 2 Dollar hier Und noch eine 10 Dollar Bett Sag mal, wohin? Rot oder Schwarz? Ich sag Doppelrot Du sagst Doppelrot? Alles klar Hauen wir die noch raus Vielleicht kriegen wir ja noch die 60 oder die 68 Dollar Komm schon Und es ist schwarz Ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist Richtig, lassen wir die 40 Dollar stehen Und dann hole ich mir mal meinen Skin raus So Ah, das Erfolg Jetzt hole ich mir die SSG Big Iron Läuft die Aufnahme noch? Jetzt gerade noch, ja Das ist schön, ich gerade das zweite Mal Nene, alles gut Du kannst ja ruhig drin sein Ich zeig den Leuten gerade nur noch eben, dass die Dass der Rifter auch funktioniert New Offer War noch nicht da Ja, da ist sie Da ist die SSG Angenommen Und schon hat der die einen neuen Skin Ja Leute, wie gesagt Wenn ihr die Seite mal ausprobieren wollt Frequenz Code Einfach einen Run eingeben Hier oben eingeben Ganz easy 150 Coins 50 Cent depositen Damit ihr auch öftern könnt Und dann wünsche ich euch viel Spaß Und man sieht sich im nächsten Video Schlusswort Überhalte ich mal den Gästen Bin ich einer von denen, okay Dann sag ich auch mal Tschüss Wo ist denn der andere? Yoshi, du darfst Tschüss sagen Hm, okay Tschüss YouTube Ciao Tschüss Macht's gut